Wie heißt du? Mit welchen Sprinter würdest du gerne in einer Staffel sein? Mein Name ist Elisa Schmidt. Wer ist die beste Leichtathlete in aller Zeiten? Mit Sydney McLoughlin. Mit wem hast du zuletzt telefoniert? Auch Sydney McLoughlin und Alison Felix. In welchem Land bist du geboren? Mit meinen Eltern. Und in welcher Stadt? In Deutschland. Was kannst du richtig gut? In Worms. Woran bist du richtig schlecht? Ich glaube, ich bin ganz gut 400 Meter. Welche Farben haben deine Augen? Mathe bin ich leider nicht so gut. Was ist das Gegenteil von schwarz? Meine Augen sind blau-grün. Wie viel ist 1 plus 1? Weiß. Welche Zahl kommt nach der 99? 2. Für welchen Verein startest du? 100. Welche ist deine Lieblings-Eis-Sorte? SCC Berlin. Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland? Cookies and Cream. Wo steht der Eiffelturm? Berlin. An welchem Tag bist du geboren? Paris. ocybin. An welchem weniger? Wir туñ equals�mel. Der Eiffelturm? sins. Wir settleten. und wir alle umgarten... Wir treten sie nicht. Wir treten sie gut. Wir werden sie auf dem. Wir nehmen sie nicht.